Das Hotel Husa Mesen Castilla liegt in Barcelona in Katalonien. Das Hotel Husa Mesen Castilla ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 8 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 8 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,3 von 6 Sonnen. Service 5,2 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur eins von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 堅 signed. Joshua